Wie ich empfehle von Dom Gerhard. Zwei Leute von euch. Einer mit einem grünen Mofa und einer mit einem Fuchsschwanz. Achso, weil dir echt. Komm mal, fahr mal ein, Fritz. So, bist du aber laufend? Ich bin dabei. Also wir sind ja immer noch im Bierkrug. Wir haben mittlerweile schon neun Bier getrunken oder so, keine Ahnung. Ich finde mich noch ganz okay. Du bist auch noch ganz in Ordnung und der Kameramann kann immer noch davor halten. Ich fahr aber gerade auf Toilette, dann wurde ich angesprochen. Von, na ich würde mal so sagen, einem Mofa-Enthusiasten. So. Der Mofa-Fan. Erzähl doch mal ein bisschen in der Kamera für die Cobas. Ich bin der André. Das ist der André. Ich bin der Fan von Vespa Bravo. Du kommst weg, Bravo. Und ich komme von Fehmarn. Fehmarn kommt dann. Und ich bin Mofa-Fan. Ich liebe den Duft von Zweitakter. Ich wollte ganz sagen, erzähl mir doch mal. Du hast ja heute gesehen, dass da so 20 Mofas an dir vorbeigefahren sind. Du hast den Duft in der Nase und so, ne? Das Gefühl von Freiheit, ne? Oder? Das Gefühl von Freiheit. Das Gefühl von Liebe. Jan, Jan, Jan. Jetzt auf. Das ist ein Gefühl. Ja! Ja! Hallo, hier ist er wieder. Ich habe es jeden Abend gut überlebt, ging dann auch wieder ein bisschen in den Morgen hinein. Jetzt habe ich kurz vor 2 Uhr die Überlegung, ich muss jetzt gleich hier allgemeiner Aufbruch auf nach Palma fahren, ein bisschen Hummel-Hummel machen, Poppads zeigen und so. Scheiße, ich habe Angst. Vor allem wissen wir überhaupt nicht, was das für ein Zeug ist, ob das was scharfes ist. Was ist denn eigentlich nicht? Weißt du, was denn ein bisschen warm warm Wasser ist? Nein, was ist denn auch warm? Vor allem, auf der Pulle, die wir gestern gekocht haben, steht alles auf Spanisch. Nicht, dass das schrägt. Rent wie Hölle, bitte nehmen Sie einen Schnuck im Mund, wenn Sie das benutzen oder sowas. Das versteckt nichts, doch nicht mal auf Englisch. Ja und jetzt? Ja. Dann macht die Sauber. Ja, Sauber. Und desinfizieren ist gut. Und jetzt? Jetzt geben wir die Scheiße hier ab. Ja, Scheiße, machen wir doch jetzt ab. Wie denn? Wir müssen den Laubappenwasser nehmen. Komm, du kannst doch nicht so abmachen. Ey, dann krieg ich fest wie die Hölle. Dann kannst du doch nicht so abmachen. Dann kannst du doch nicht so abmachen. Hilfe! Hilfe! Da! Boah! Du weißt, wir haben Laubappenwasser vorhin ein bisschen. Geheime Rezept. Einfach Laubappenwasser drüber, wäre fies gewesen. Beut ich schon wieder. Dann bin ich schon wieder gesund. Ich bin schon wieder gesund. Ich bin schon wieder gesund. Loser Ruhmann Supergeil. Aber wahnsinnig gecriebt. Hast du schon gesehen? Oder... Zeig dir mal der Gemeinde... ... selbst angesbeißt. ... kennst dich einfach nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Den bauen wir jetzt gleich oben. Toll? Geil. Wahnsinn. Super X-A-D, 6-D, 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 6-D. Super X-A-D, 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 6-D, 5-D-I-4, 5-D. Super X-A-D, 7-A-D, 7-B. Super X-A-D, 6-D. Super X-A-D, 7-A. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020